Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben ein riesiges Massaker hinter uns mit Grim Gurgatz. Das war wirklich ein Kampf auf den letzten Mann. Auf den letzten Ork. Auf den letzten Gobbo. Wir hatten auch die Katakultbesatzung dabei. Oh, ich brauche mal auch echt bald mal oben an der Front. Aber ich muss noch die Kavallerie ausbilden. Ich brauche an sich einfach mal mehr schlachten, um Geld zu kriegen. Das ist so ein Problem, wenn der War gewinnt. Wenn der die plündert, dann habe ich davon nichts. Das ist ein Nachteil davon, wenn man den War angreifen lässt. Bin ja eh mal gespannt, wann der aktiv wird. Hier warte ich am besten die Kapitulation ab oder zumindest bis die weiter geschwächt sind. Vorher ist das auch schwachsinnig. Ansonsten können wir ja nicht viel machen, um Geld zu kriegen. Alle unsere Armeen sind auf Einsatz. Außer ihr. Aber ich möchte bei euch noch die Kavallerie haben. Aber das kriegen wir auch nicht so schnell zusammen. Das ist gerade sehr eklig. Ich hoffe, dass die Zwerge nicht mehr so schnell kommen. Die haben jetzt auch Karakadrin verloren hier. Die können sich nicht mehr so schnell ausbilden. Das wäre Wahnsinn. Nein. Ich sage niemals nie und so. Ach Mensch, wir haben 30 mit Grimgork. Glückwunsch. Willkommen bei der Rente. Ja, Rente ab 30 gibt es ja schon in Warhammer. Ist das nicht praktisch? Ich würde jetzt gerne irgendwas kloppen. Not like me. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kloppe auch. Von mir aus versuchst du allein das Ding anzugreifen. Aber ich sehe jetzt keinen Sinn darin, hier ewig lang da zu stehen und zu warten, bis hier mal was passiert. Bei den Städten. Ich kloppe jetzt hier, um Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, klüge. Ihr beide bleibt mal hier. Das ist schon ganz gut, was ihr hier macht. Dass wir uns wenigstens die Stadt hier mal holen. Aber jetzt beide Reiche versuchen gleichzeitig zu stürzen. Ich glaube, ich konzentriere mich lieber drauf, mit einem Trupp einzunehmen. Und der andere Trupp schaut, dass er hier alles mögliche aufreibt. Vor allem, um Geld zu verdienen. Durch Schlachten. Die brauchen wir jetzt, die Knete. Du, ah, unser Schamane. Magierdung. Der Rest ist okay. Der Scheißagent. Den muss ich auch noch loswerden, wenn ich das Geld habe. Mit einem der Zwergenstämme jetzt einen Frieden zu machen, wäre er noch nicht mal so... Nee, ich brauche die zum Ausrauben und Plündern. Angenehm. Also, ich habe ja danach gefragt. Aber dass das gleich so entgegenkommt, ist... Gleich ein bisschen verstärken, bitte. Das ist halt der Nachteil bei den Tunneln. Man kann schnell in den Hinterhalt geraten. Und wenn man da besiegt wird, ist alles vorbei. Der Sven ist tot. Ne, die würde ich mir früher oder später schon gern holen, ja. Du, gehst wieder tot. So. Noch einmal Schwarzorg. Einmal Moschers. What? Oh fuck. Rekrutierungskapazität. Das könnte ein bisschen dauern. Das könnte ein bisschen dauern sein. Gäh. Äh. Oder wir holen uns... Karabufda... Kackname. Aber ihr habt kaum Garnision. Ich blinder euch jetzt. So. Habt ihr davon. Wovon? Keine Ahnung. Ähm. Nachtmantel noch. Dann können wir noch die Arcane-Garnalisierung machen. Und dann wird alles gut. Hier braucht es noch... Sechs Runden, bis die Vorräte weg sind. Es geht voran. Ganz ehrlich, das ist noch so weit in die Zukunft. Das lasse ich erstmal. Könnte ich glatt überlegen, ob ich hier nicht... ...die Arachnorok nehme. Schon mal. Und die Kavallerie vorbereite. Oder zumindest weiter meine Finanzen ausbaue. Ich glaube, das ist jetzt gerade klüge. Eben, wo es gerade noch geht. Gibt ja nicht mehr so ultra viele Möglichkeiten. An Moneten zu kommen. Gab's hier... ...ne größere Mine? Nope. Warum mehr Geld? Alarm. Oh, Vorhutaufstellung. Du kriegst mal einen Wolf. Deine Tolligkeit ist groß genug dafür. Und ich muss ja vor allem hier mal... ...endlich Städte plündern für meine Quest. Wird Zeit, dass Asak der Vernichter... ... auch endlich mal Magie bekommt. Hallo? Och, die wurden zurückgeschlagen. Entscheidende Niederlage. Ja, super. Geflügelter Bekloppte. Gut. Einkommen durch Überfälle. Ah. Du da. Dabei du da. Nimm dir mal den Geflügelten Bekloppten bitte mit. Ah. Erst nächste Runde. Ist mir egal. Ihr könnt mir ja gerne weiterhin sagen, ob ihr sowas sehen wollt. Aber ich würde sagen... Genau das. In diesem Wortlaut. Wie eine kleine Hand verstummt und von Spinnen niedergeritten wird, ist nicht wirklich das Spannendste, was man sehen kann. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Siedlungen gar nicht ein. Ich troll euch nur so richtig und bin überall nur am Plündern wie ein Wahnsinniger. Einen Charakter in dieser Region bewegen. Ich zähle da einen Agent mit dazu. Ähm, jo. Schön. Gewinnt die folgende Schlacht mit Grimgork. Coole Sache. Wir kriegen dadurch seine Axt, glaube ich. Oder ja, Grimgorks mächtige Axt. Gitznik wurde in den Dämonenfeuern von Zahn-Naggrund geschmiedet und wird trotz ständigem Einsatz niemals stumpf. Bonus gegen große Feinde plus 12, Naggorn-Wangriff plus 6. Rekrutierung kostet minus 10%. Hmm, Reduktion. Beute gibt es noch dazu und die Fähigkeit Gitznik. Waffenschaden und Rüstungsdurchdringender Schadensbonus. Ich glaube, das ist lecker. Ich glaube, das ist durchaus lecker. Haben. Oh, das war erst später. Du bist besser geworden. Ich verstehe. Dann geh mal weiter auf den Wohr zu. Ähm, das andere wäre da blutige Rüstung. Dazu müssen wir erstmal da hoch irgendwie. Begiebiger Charakter. Können auch unseren Agenten hochschicken. Aber der soll lieber den Typen mal ummeucheln. Oh, kritischer Erfolg. Das gefällt. Düsterberg hat endlich eine große Garnison. Das kommt jetzt auch mal so halbwegs alleine zurecht. Düsterberg kann vor allem noch eine Schatzkammer gebrauchen. Ich bin da überlegen. Brauchen wir das Rekrutierungslager? Natürlich. Ich noob. Wir machen das hoch und holen uns die Moschas zumindest hier. Den einen Trupp. Hm. Okay. Was passt? Wir haben ja gut geplündert. Was gibt's denn noch zu plündern? Zarakzyl, wo soll denn das sein? Also, falls kann ich... Ich kann mich auch mit der Armee anlegen. Oh, wir machen erstmal ein Plünderlager. Gib erstmal ein bisschen Kohle. Und wir können hier jetzt mal weiter ausbilden. Fällt mir gerade ein. Wir haben jetzt das Geld. Das aufhören mit dem Plündern, das war das Schlimmste, was ich machen konnte. Äh... Da bist du. Dann nimm dir noch eine Arachnarrock-Spinne mit. Und 3-3. Ist sogar halbwegs überschaubar fettig. Dann können wir dich schon nach oben bewegen. Das wird schön. Dann haben wir da eigentlich eine ganz gut ausgewogene Armee. Wir werden dann hier zweimal... Hm. Ich glaube, wir werden ein oder zwei Schwarzorgs wahrscheinlich austauschen. Einmal Schwarzorgs bringen wir ihm mit. Dafür bekommen wir was im Austausch. Ja, ich gebe... Genau, ich gebe Gringbock. Einmal Schwarzorg. Einmal so ein Wildschweinreiter. Und einmal so ein Streitwagen. Das reicht für so Flankierungsmanöver einfache. Dafür kriege ich dreimal Katapulte. Und zwei Stück Behälter einfach. Ist ja nicht verkehrt, mal welche dabei zu haben, oder? Plan ist erstellt. Dann brauchen wir hier oben gar keine... Nicht mehr ewig lang neue Schwarzorgs zu rekrutieren. Und hier kann ich lokal den einen Moscher holen. Plan steht! Und es hat seinen guten Sinn, dass ich jetzt die Stadt nicht einnehme. Aber ich will die später nochmal plündern. Nochmal. Und nochmal. Nochmal. Alle fünf bis sechs Runden gucke ich da, glaube ich, mal vorbei. Immer wieder gehen Rohrs kaputt. Unglaublich. Nö, ich komme da noch nicht ran. Dann warte ich noch. Hier braucht es immer noch seine gemütlichen vier Runden, bis sie anfangen, Verschleiß zu erleiden. Bis sie anfangen, allein zu verschleißen. Ich bewege mal meinen Agenten hoch, dass ich mal diese Quest erfülle. Weil bis ich da mit Grimgog oben bin, vergeht zu viel Zeit. Ich frage mich aber nicht, ich glaube, ab einem gewissen Level schaltet es sich frei, oder? War es acht oder neun, irgendwie so, dass ich die Questreihe von Asak bekomme? Wollen wir mal, wenn wir auch noch machen. Nasty Magic, Rallye! Oh, da wirst du gar nicht befördert. Übernächste Runde haben wir alles. Schön. Hm. Ähm, ja, jetzt ist die Frage auf, was mache ich dich dann an? Ach nee, du bist gar nicht besser geworden. Dein Schamane ist es. Dreistes Clown. Dreistes Clown für den Winden der Magie. Quälendes Jucken. Machen wir mal einen vernichtenden Blick. Und jetzt können wir es endlich. Die gewaltigen Spalters. Zehn Prozent mehr Waffenstärke. Das bedeutet bei unseren Schwarz-Orcs, Ja, so knapp fünf Waffenstärke dazu. Ist was. Ist durchaus was. Bei unseren Spalters das gleiche, bloß ohne Rüstungsdurchdringung. Aber eben gegen große Feinde. Wenn wir dann nochmal plus zehn Rüstung auf alles kriegen, das könnte schon echt interessant werden am Ende. Nächste Runde, oder? Oder? Passt alles? Passt alles. Okay. Mal gucken, ob wir noch ein Stück näher kommen. Dann können wir nämlich die Schlacht schlagen. Mit den Spinnen. Spinnen gegen Stumpen. Spinnen versus Stumpen. Jetzt im Kino. Wenn ich nicht mag, was du sagst, Mook wird dir heute in deinen Gehen essen. Nein. Nein. Ich krieg durch Plündern von deinen Siedlungen viel mehr, als du mir für den Frieden anbietest. Können wir es nicht machen, wie bei Age of Empires 2, mit Attila, als wir hier Ostrum überfallen haben. Hier, nehmt unser Geld, damit ihr uns nicht mehr angreift. Alles klar, danke schön. Das Geld setze ich ein, um euch noch mehr zu plündern. Das am laufenden Band. So hätte ich es gerne. Ich würde gerne euer Geld nehmen und euch weiterhin plündern. Warum geht das nicht? Ihr seid Egoisten, wisst ihr das? Kack, Zwerge. Komm, ich geh noch ein Stück hoch. Noch ein Stück. Und hier Plünderlage. Dann krieg ich euch beim nächsten Mal. Ich möchte euch noch, ich möchte euch umrennen. Hm. Okay. Du bist in zwei Runden soweit. Dann kannst du dir global sogar noch mal ein paar Morschas holen. Zumindest einen erstmal. Und du bist auch nicht so rundefertig. Sehr schön, so langsam haben wir wirklich alle Armeen, die wir haben wollen. Und sogar noch ein schönes Plus. Könnten auf kurz oder lange überlegen, sogar noch eine Armee zu machen. Ist nun die Frage, was? Vielleicht, weil wir sie bisher vernachlässigt haben, viel mehr Wildschweinreiter und Streitwegen. Vielleicht mal so eine reine Streitwagen und Moscha-Wildschweinreiter-Armee. Hm. Dann habe ich ja schon wieder eine fürs offene Feld. Ich brauche echt mal langsam wirklich was für Siedlungsangriffe. Also so normale Siedlungen zu plündern, ist ja kein Problem, aber irgendwas mit Mauern. Ich brauche echt mal so eine reine Infanterie-Armee neben Grimgork. Wäre auch eine Idee. Vielleicht sogar schon eher. Ich bin sowieso schon viel zu mehr sehr auf offenes Feld. Vielleicht einfach noch mal so eine reine Schwarz-Org-Armee irgendwie. Nö, war der immer noch nicht. Nö. Der hat bald schon wieder eine Armee. Und der ist schon wieder am losstürmen. Ah, gut. Ich war gerade gedanklich woanders. Ich dachte, der ist schon fast wieder bei mir. Der muss mich aber auch wirklich jede Runde fragen. Arsch. Bist du eigentlich schon wieder plünderbereit, liebe Stadt? Der ist aber auch am laufenden Band hier dabei, meine Garnition anzugreifen, oder? Und meinen Agenten will er auch kaputt machen. Alles doof. Jawohl! Und da haben wir die Quest für die blutige Rüstung. Schön. Die muss ich auch mit Grimgork schlagen, oder? Ah, Grimgork, sobald hier der Feldzug gegen die Zwerge vorbei ist, hast du noch einiges zu tun. Das heißt, er kann gar nicht mal so schnell sich jetzt auf Vampire oder Imperium stürzen. Der muss erst mal seine Quest-Schlachten machen, der Jung. Nö, ich komme nicht an ihn ran. Kriege ich das Ding hier angegriffen? Komm, wird nochmal geplündert, bitte. Kriege ich noch was? Das ist ja nicht viel. Aber ist ein kleiner Bonus gewesen. Sag ich nicht Nein zu. Aber gut, jetzt ist hier alles vorbereitet. Leider konnten wir unser Gefecht nicht machen. Das war mal so eine ziemlich schlachtarme Aufnahme, aber die Schlachten, die wir gesehen haben, hatten es in sich, muss man sagen. Das waren schöne, knackige Gefechte. Und das wird alles noch besser. Das ist da mir, wie sie mir gefällt. Du gehst jetzt per Marsch bis hier hoch und dann komme ich, glaube ich, per Tunnelweide. So und das nehmen wir hier dann auch soweit. So, das Ding können wir eigentlich schon wieder beenden. ähm, hier. Hm. Moneten, Moneten. Eigentlich sind wir hier ja nicht wirklich in Gefahr. Aber ich habe trotzdem diesen Drang, hier einen Wachtturm hinzumachen. Hacker der Listige. Da Listige. Die Kanalisierung. Schön. Da wird besser und besser. Ja gut, diese kleinen Überfälle immer. So kriegt man auch Erfahrung. Jetzt kommt er näher, aber dann haben wir wenigstens unsere Schwarz-Orgs wieder im Repertoire. Jetzt will er noch nicht mal was anbieten. Ich glaube, die Kohle geht ihm aus. Woran das wohl liegt? Oh. Oh. Hm. Ich glaube, wir kriegen unser Gefecht noch. Die Stadt hat eh kaum noch Garnision. Die haben wir gerade eben frisch zerstört. Oh, es gibt eine Menge neue Wars. Ja, ich glaube, da können wir jetzt mal drauf treten, ordentlich. Das ist schön. Wir haben zwei neue Wars hier. Ich glaube, die erhöhen unsere Chancen ein klein wenig. Das Ding anzugreifen. Aber jetzt nehmen sie eh Schaden, oder? So langsam. Das wird lustig. Hier haben wir jetzt alles, was wir erst mal so weiter wollen. Wir können noch einmal Moschers dazu holen. Klar. Aber dann hätte ich gerne noch mehr schwarze Orgs. Du bist weiter auf dem Weg nach oben. Das ist wunderbar. Und wir machen unser Spinnengefecht noch. Ja, du. Wird interessant. Auf geht's. Wird jetzt nochmal ordentlich reingemurscht. Wird nicht lang gezimpert. Unser Arachnerok gehen wieder vollfrontal rein und unsere Spinnenreiter außenrum. Wir bräuchten echt mehr Arachnerok und weniger Spinnenreiter. Ich brauche eigentlich nur ein paar für ein kleines Flankierungsmanöver. Da würde die Hälfte ausreichen. Kurz oder lang könnte man drüber nachdenken. Die müsste ich mir dann aber halt über globale Rekrutierung holen. Auf geht's. Nicht lange warten. Drauf. Du hast mittlerweile ja auch einiges an Fähigkeiten. Rechender Blick. Knachtmantel. Gork wird's schon richten. Köln des Jückenherr hat halt so viele Debuffs. Der Fluch des bösen Mondes. Stimmt, der war gut. Der Erinnerung ist wieder da. Puh, seid ihr sch... Oh, fuck. Ich vergesse immer, wie schnell ihr seid. Nicht so schnell. Hier. Die Kavallerie muss doch noch rechtzeitig da sein. Was ist denn das Wort? das? Und ich möchte euch mal den Fluch des bösen Mondes ins Gesicht hauen. Das ist mir wichtig. Weil ich glaub, der war gut. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Das ist ein Pac-Man. Das ist ein Pac-Man. Das ist cool. Ich glaub, das hat Auer angerichtet, oder? Sah zumindest danach aus. Ob's jetzt wirklich so war. Kann man sich streiten. So, mal ein bisschen rüber. Und hin. Jetzt ist das... Wann bist denn du in den Nahkampf gegangen? Aber jetzt gibt's ein Sandwich. Hm. Ey, macht mir bloß nicht mal einen Anführer tot. Ihr Sackgesichte. Hört auf, auf den zu ballern. Laufen die hier gerade tatsächlich? In eine Kolonnenformation in mich rein? Ihr seid so dumm. Jetzt hab ich's ihm gegeben, oder? Jetzt hab ich sie niederbeleidigt. Das ist, obwohl wir nicht mal das Imperium spielen und keine Dampfpanzerarmee haben. Haben wir sie niederbeleidigt. Oh Mann, ey. Ich stell mir das grad so echt kloppen. James nieder in seine Rebellenarmee. Nieder mit dem Imperium. Was? Ach, ihr versteht schon. Idioten. Überall wird gekampft. Ja, gekampft. Der Pac-Man war aber so cool. Äh, upsie. Der Pac-Man war einfach nur klasse. Den hätte ich gern nochmal. Obwohl, jetzt wo die ganzen Spinnen hier sind. Aber du kannst mal ein paar De-Buffs reinhauen. Quälendes Jucken. Oh, das trifft viele. Das trifft so richtig viele. Und Geschwindigkeit. Das können wir halt auch wirklich... Geschwindigkeits-De-Buff ist wirklich etwas, das können wir so richtig gemein. Oh, Fernkämpfer machen, dass die nicht so schnell abhauen. Das kann man schon richtig gut machen. Also Buffs und De-Buffs zu schmeißen ist auch cool. Bin ja an sich auch bei MMOs ein sehr guter Fan von. Das ist echt voll das Gemetzel wieder hier. So gehört sich das. Kommt, geht mal da mit rein. Weicht einfach diesen Flankierungsmanöver aus. Das ist sogar der Leiter der Garnison hier. Da müssen wir wieder gut was essen am Ende. Angefangenen. Junge, lass dich hier nicht töten, bitte. Du bist mir mittlerweile gut genug, dass das echt schade wäre. Nun mal ein quälendes Jucken hier rein und gut wird. Und nochmal dat. Als er echt gegner, die Buffen und eigene Truppenwaffen, da gibt man sich so einen guten Vorteil im Kampf. Und da ist der Sieg. Ich glaube, das Russrat muss reichen, oder? Wir haben jetzt eh eine Stadt angegriffen, das heißt, es bleiben eh keine Überlebenden da. Knapper Sieg. Es war halt eigentlich nur knapp für unseren Hacker. Was die Arachenhockspinnen angeht, sehe ich da nichts Knappes. Der Kommandant hat keinen Schaden genommen. Die Grimmbraue. Grimmbraue. Alter ist das ein Name. Das Ausrauben bringt ja fast gar nichts. Niederreißen. Seitdem ich diesen James niederkenne, erkennt, ich kann einfach alles, was nie da drin ist, nicht mehr ernst nehmen. Es ist schlimm. Es ist fast wie nach Krankheit geworden. So. Wo ist Blinderlager? Bitte erholen. Wir haben hier echt guten Job geleistet. Gefällt. Wir haben jetzt... Stimmt, wir haben die Siedlung eingenommen, deswegen durften wir gar nicht spachteln. Schade. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Wir haben gerade eine sehr spaßige Ausgangslage. Mit unseren Spinnen plündern wir. Hier dauert es nicht mehr lang, dann reißen wir die Siedlung hier nieder und gehen weiter. Vor allem mit den Wars können wir jetzt viel anrichten. Und hier haben wir jetzt auch endlich unsere nächste Armee-Weddy und machen mit Grimmbraue endlich mal Druck. Er kommt hier... Ah ja, mit ziemlich Trash an. Alles klar. Dann bedanke ich mich so weit wieder fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es ein bisschen mehr Action gibt als dieses Mal. Aber ganz ehrlich, könnt zugeben, die Action, die wir hier hatten, war zwar weniger, aber dafür war sie hochwertiger, oder? Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.